Wie viel kostet das? 500? Kann ich mir leisten? Warte, wo ist dein schwarzes Brett? Warte... Ja, auf jeden Fall! So, kann ich jetzt noch verkaufen und dann zeige ich dir, wo das ist. Oder hast du schon? Ich stehe davor. Alles klar. Dann kannst du ein großes Ausrufzeichen drüber. Äh, da vorne. Hallo. Hi. Benutzen. Jobsuche. Du hast das schwarze Brett gefunden. Das handelt verschiedene Aufgaben, die du für Belohnung gegen Bezahlung erledigen kannst. So. Oh. Komm ab und zu vorbei und überprüfe das Brett, denn es wird ständig aktualisiert. Okay, Catch a Ride. Find und benutze die Catch a Ride Station. Die läuft gerade. Ja. Und, äh, T-Care hat weitere Arbeit. Okay, erstmal Catch and Ride. Dann kriegen wir unser Fahrzeug. Das ist sowieso unsere Aufgabe. Das Catch a Ride bei Firestone ist noch ramponierter als der Body meiner Mutter. Schön, wenn du dich drum kümmern könntest. Du hast um das System nicht um meine Mutter. Geh um Skatnest, du verstehst schon. Was ist mit dem falsch? Wir können mehr als eine Mission Cretage machen. Ne, machen wir aber nicht, ne? Ne, machen wir nach und nach. Er schießt mich an! Alter, Kopf weg! Warte, ich hab hier ne blaue Sniper. Ich hab hier nur 41 Schaden. Kopf weg! Was machst du? Der Gegner kaputt. Du kämpfst. Ich weiß. Warum sagst du mir das nicht? Er hat die ganze Zeit Kopf weg, Kopf weg, ne? Kopf weg. Mir geht auch die Kopf weg. Echt? Ja. Ich glaub nur der, der die Köpfe auch wegschießt sieht das. Ne, bei mir ist der Kopf ja ab. Bei mir auch. Alles klar. Hier ist die Catch a Ride Station. Ja, Fahrzeuge! Juhu! Kann man die sich selber bauen? Ja, kann man, glaub ich. Und jetzt? Äh, warte. Äh, was muss ich denn machen? E. Binde und benutze die Catch a Ride Station. Vor allen Toren Firestones. Ach, n... Das sind beide... Ne, die eine ist sogar für Stufe 2. Also von daher... Machen wir Catch a Ride benutzen. Wie denn? Äh, ich guck mal auf der Map. Ist schon richtig. Ich glaub wir müssen Level 7 sein, oder? Ne, hey, hier spricht Gute. Level 7, hier ist grad hart. Ah, ist schon seit Monaten nichts mehr los. Müssen Level 7 sein dafür. Ja, aber für die anderen müssen wir Level 10 sein. Aber da ist auch ne Mission. Glaub ich. Dann müssen wir erstmal Gegner besiegen. Komm, wir gehen nochmal in die Stadt. Vielleicht ist da ja noch was. Vielleicht ist der Gegner. In der Stadt glaub ich nichts. Glaub ich überhaupt nichts. Wie kommst du auf sowas? So dürf. Ja. Ne. Nur... Ne, spricht Gute. Hast du den Unterschied zwischen hart und schwer? Hart ist... Hart und schwer ist, äh, schwer. Oh. Wenn etwas hart ist, dann ist es... Nein. Fester, wenn etwas schwer ist, wiegt es halt viel. Komm, wir sind einfach Gegner besiegen. Bis wir Level 7 sind. Hm, warte. Vielleicht können wir nochmal mit Dr. Zed reden. Du und dann Dr. Zed, ne? Nein, können wir nicht. Aber vielleicht meinte der auch ne andere Catch-A-Write-Situation. Noch? Dann... Tzz, tzz. Tzz, tzz. Set mich über. Tzz, tzz... Ja wir müssen Versiegen�ühl Level 7 sind Was steht denn hier? Ich lese das mal kurz vor Hey, der spricht Scooter gern angeschossen Ja gut wenn wir angeschossen werden sollten wir uns wehren Ganz malware den kleinen typen nicht schon ich jetzt so darf ich das jetzt lesen und du beschützt mich so lange okay aber ist noch richtig lesen hey hier spricht gute machen wir uns gute musik wenn es sich irgendwo da draußen gestern gibt solltest du es mit einem coach catch a ride versuchen du findest mich gleich südlich von der stadt ist schon seit monaten nichts mehr los und ich bezweifle dass es in einem mit meinen tustern den anderen anwasch überhaupt noch funktioniert ich glaube wir müssen mit der finde und benutze die catch a ride station ja aber vielleicht erst auf level 7 ist auf jeden fall geld warte doch nicht erfüllt was ja jetzt anscheinend schon ja abgeschlossen hey ich bin's gut ja das haben wir schon ich schaffe dass die gestrückt modul von bonnet vielleicht hast du die quest angenommen muss es die abschließen ich habe gar nichts gemacht eben läuft automatisch bonnet erledigen warte warte die mission ist für level denn egal müssen wir halt durch ne die gegner ja noch hier level 3 sind unsere schwach die läden haben neues inventar also bleibt mal stehen davon ist noch wir sind mehrere quest aber wir gehen mal wir gehen mal da lang wo du lang wolltest ich bin ich bin einfach reingelaufen schein doch richtig zu sein das bonnet und er ist stark ich glaube wir sollten nicht gegen die kämpfen ich glaube nicht dass wir gegen die kämpfe sollten eindeutig nein wir sterben kevin nicht mit mir tut mir leid ich bin tot muss ich wiederbeleben nein ich muss einen töten damit ich wiederbelebt werde ich muss einen töten wie das denn ich spawn einfach neu ich bin auch tot das war noch neu gebühr 193 dollar wenn du stirbst kostet das geld aber wenn ich wiesbaden mache wenn ich wiesbaden mache ja das kostet ja ja gut dann machen wir mal was anderes das ist glaube ich ein bisschen zu schwer für uns noch alles was haben wir was sind denn die sterne übergang zu was zu einer anderen welt da haben wir auf jeden fall noch ein paar quest also können wir zu einer gehen also sterne sind übergänge ich würde erstmal zu dem ausrufezeichen gehen ausrufezeichen ja meinst nicht fragezeichen das sind ausrufezeichen schwarzes brett nein nein links links auf der map erfolgt mir einfach wenn du gar nicht wundern wo du hin willst aber erstmal gucke ich mir an ob es hier was neues gibt aber teure sniper er hat level 7 sniper sniper mit der wiper aber ich glaube wir haben da irgendwo im letzten gebiet was übersehen aber da ging es ja auch noch rechts lang wir sind ja nur links lang gegangen na schön dass du erwartest ja ich warte hier ah danke das ist nur die frage ob ich ja einfach der straße jetzt folgen also ging ich diese straße lang die straße flöte zum nil top weg gibt nix hier guter junge guter junge guter junge guter junge hast du gut gemacht du bist doch voll in ordnung doch wenn du der king bist was keine ahnung da sind wieder ganz viele gegner ich dachte du willst killen wo oh der ist level 10 doch nicht doch nicht du willst killen du willst killen nein nein doch nicht ich lalalalalala lalalala äh 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 irgendein welpe oh hi welpe lach mir hier in ruhe brenne brenne lach mir noch ein 10er oder ein spucker finde ich gar nicht nett von dir dass du für so viel schaden hast ich bin fast tot lass ihn in ruhe ich bleibe einfach im kreis nein kämpfe um dein leben ich kämpfe ich kämpfe oh oh ich muss einfach den töten oder was ja scheiße ich hab keine Ahnung mehr oh du hast ihn getötet ich wollte dich grad heilen ha 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 da will ich dich grad heilen aber ne wir kommen hier nicht durch wir müssen irgendwo leveln wie warum sind wir das kenn ich so nicht vom spiel ich hab keine Ahnung vielleicht sind aber du schlecht nee also ja aber nee jaaa nee das bist du ande das ist ein Bandit Paz Winter ist der Gegner voll fies eigentlich ne ja oh voll fieber Munition ey hier ich hab eine Granate für dich ich hab sogar keine Granate für mich bisher ich hab auch wie schmeckt dir das ich hab mir Heilung ey die Stimme ist echt wie vom Heizig of the Dead ne von Takashi da die deutsche Stimme echt ja find ich total kann da die gleiche sein ja wir gehen wieder rechts zum Stern weil da in dem Gebiet waren wir eben aber waren anscheinend nicht fertig und die anderen schaffen wir vom Level her nicht wie lange nehmen wir eigentlich schon auf Moment jaaa auf jeden Fall über ne Stunde ok wir haben kurz von ö ö ö ö ö ja wir haben kurz vor ö ö ö ö gestartet das ist richtig das muss so sein Duden und Leveln das muss drin sein in nem Spiel ok dann können wir mal hier wieder rein ins Gebiet und das und die andere Seite kreieren ne worows sek resilient das habt ihr aber auch nur 2P der kippt aber auch nur 2P haha wow krass also die wollen ö öfter sterben und dann und mehr mehr kassieren ne jetzt kommt die schläge wieder raus das wäre doof ja Alphas guys haben schwer geparlent schädel lang, also gehen wir jetzt mal oben lang. Okay. Also für uns links. Oh, hier ist was grünes. Oh, hier ist eine Quest. Dann machen wir die. Datenschreiber 1, Datenschreiber 2. Warte. Ist für Level 10. Nein. Gar nicht, ist für Level 7. Ist schon eher was für uns. Würde ich mal behaupten. Helpen, bleib stehen. Oh. Ich glaube, ich habe Gegner zurückgeschickt. Ja. Da kommen sie. Brenne, Brenne, Brenne. Oh. Blöds Fidu. Kommt schon. Ich habe die Granaten. Das ist schon viel besser. Das ist ja p könnte. Ich hoffe, ich würde es Untertitelung des ZDF, 2020